Hallo, ich bin die Anke Winkel aus Potsdam und seit 2011 unterstützen wir unser Patenkind in Äthiopien. Wir haben sie dort auch schon besuchen können in Addis Abeba. Das war ein sehr bewegender Moment zu sehen, wie unsere Spende ihr hilft. Ob sie ohne uns eine Zukunft gehabt hätte, können wir nicht sagen, wahrscheinlich eher nicht. Also bereichern auch sie ihr Leben mit einem Patenkind und schenken sie Zukunft.